hey leute und willkommen zu einer neuen runde minecraft bedross mit mir dem torben dem tobi und dem flo endlich wieder zu dritt ja die vollkommen morgen und deswegen sage ich euch jetzt auch direkt am anfang einmal dass wir einen neuen tss haben den tss den blende ich jetzt wie ihr kennt ja meine schöne einblendung von dem alten tss die werde ich jetzt noch mal überarbeiten müssen aber die wird jetzt hier unten links reinfliegen wieder so wie immer halt alles bei mal ich will auch irgendwo rein fliegen was macht er denn jetzt so hoch was tust du ich kann dein skin jetzt hässlich durchs bild fliegen lassen tobi wenn du willst hier weg 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 er kann nicht bauen ich auch nicht ja auch weg was macht er ja tobi kannst du kannst du mir sagen was du da gerade bauert ja ist ja nicht so dass jetzt oh lol da sind da ist ein troller im spiel bei grün ja also ne anscheinend nicht aber der hatte runter gebaut und dann war dann kann er doch gebannt werden warum tut er das ne der hat sich dann selbst weiter in die mitte gehört ja vielleicht hält er die leute auch noch für die torben kommen da baut sich einer mit einer geschwindigkeit von ungefähr 0 ach ja du bist du bist du bist auch nicht schneller doch doch lass das mal jetzt machen eure komische taktik habe ich jetzt auch okay das ist gut boah ja so leute und wenn ihr uns auf gomme holst wenn wir schon freundes annehmen oder ich bin runtergefallen ja hätten wir euch alle also deleten euch bald alle weil wir keinen bock darauf haben ich habe ja meine privaten nachrichten ausgestellt um meine freundschaftsanfragen weil das ist aber auch scheiße nein ich habe schon für dich wenn dann nur freundschaftsanfragen jetzt geht doch mal weg nee ich habe schon ich werde in zu vielen runden einfach immer gefragt tobi schreibe ich nicht immer so ey wir haben wieder so ein scheißteam ich werde halt jetzt hau kurz auf zu fliegen nee lass ruhig reden das team richt mich auf wir können lass ruhiger reden ich habe mich damit abgefunden warum falle ich denn eigentlich immer runter ich komme ich bin auch keinem in die mitte gekommen mann und ja genau weil ich werde einfach ist doch ich werde einfach zu oft ist da nein da liegt nämlich nichts und ich werde einfach zu oft angeschrieben von wegen party party ja guck der würde ich jetzt auch nicht machen weil im spiel anschreiben finde ich auch ein bisschen unnötig weil da hat man besseres zu tun als jetzt konnte ich gleich eine partie einladen nur noch eins ja froh da unten kommt einer ich lefte bei mir bewegt sich nicht so leute falls das video siehst du weißt wer gemeint ist ich hab's dir gesagt gelb hex und nehme auf ja wir sind nicht gelb okay so ganz einfach aber jetzt davon kein bock auf solche leute so wie gesagt ich nach der aufnahme und also meinen wir damit nach der aufnahme genau das ist ich also jetzt verständlich wir meinen es nicht böse leute so lange also man versteht jetzt warum die großen youtuber dieses nick plug-in einfach immer benutzen weil am anfang habe ich mir sitzen am anfang habe ich mir so gedacht eigentlich alter ist ja voll geil wenn du noch und erkannt wirst aber wenn du jetzt einfach die ganze zeit folge spanned wirst kann ich gleich eine party kannst du mit mir bedroht spielen deswegen so bis auf ein paar werde ich vielleicht auch mal die freundes anfangen ja bis auf die die wirklich ist ja ich nehme auch keine mehr an und ich werde und ich werde wahrscheinlich auch von ja genau von denen werde ich dir auch lassen ja zum beispiel der spielt ja ich meine der ja das wäre mich auch nicht der der spät mich auch nicht voll oder so kommt ihr in die mitte bitte in die mitte bitte und genau den ts wollte ich jetzt noch mal kurz ansprechen kriegen wir gesponsert von square nights.com könnt ihr alle mal vorbeigucken link ist in der beschreibung ja das sind richtig geile jungs das ist so ein kleiner davon noch ganz was wir damit meinen eventuell das ist so ein gaming clan und könnt ihr auf jeden fall mal vorbeigucken werden der test jetzt einfach hundert slots der andere hat die ganze 20 also ist eine kleine steigerung und ja ich finde es mega cool dass das alles so cool funktioniert es hat alles reiben habe ich habe leute ein bisschen entspannter reden okay ja wir hatten gerade nur zu kämpfen da kommen nämlich drei blaue sind wir team blau nein wir sind ja die hole ich im notfall ja im notfall ja ich bin an der recht versuche hier noch mal bis noch mal gold gesponnt ist zu bleiben meine ich habe ja ich komme jetzt auch einer von euch beiden gelb dass ich weiß dass da ist gerade übrigens einer durchgekommen aber ich habe ihn ja das ist ja ganz geil wenn du die so ein bisschen offen ist der kommt so und ja ich bin ja gestorben weil ich mich für ein auffahren musste aber ja die gute jahren floh da kommen gut ja die kriege ich runter die kriege ich runter ist kein problem nein das lohnt wie viel gehört hat zu dabei hier ja okay das geht ja noch ich habe den bogen bekommen ja ja das ist natürlich war ich wollte blau treffen sorry aber ich habe keine spitze kunst das macht ja dann muss die eigentlich nur einbauen hast du gewonnen ich krieg lieber den blauen hier runter wenn ich eine firma 6 am ab immer einbauen läuft guck er ist ein bisschen dumm und rennt hier einfach hin ins arsch hätte ich soll sobald zwei ineinander stehen im zweimal 1 loch können die nicht mehr aus das weiß ich schon doch das wird wenn ihn 1 1 1 8 wird das gefixt man steht ja dann kann dein ernsthaft doch das wäre ja mega scheiße doch ist aber so aber ich meine das zerstört deine ganze taktik und er hier ist ja so wie deine stimme ist ein bisschen am abkacken wenn du so schreist ja aber auch wenn du so leute mit einem knüppel auf ja kommt das zusammen aufbauen ein bisschen sauber wo sind wir floh da ist noch ein grüner in der mitte aber juckt dich nicht na du gehst du ich bin gerade ein bisschen rent grad so dings blau ich renne dem einfach mal hinterher so soll ich für gold tom ich hab für gold hol den bogen ja ich mit einem habe ich mir hier auf der map richtig cool einen rush gemacht der richtig geil funktioniert hat der wir sind einfach beide hintereinander und ich habe wir sind ich habe wir sind durch ich bin durch den durchgelaufen habe die freunde angezeigt hat alles funktioniert bin zum bett hat es abgebaut und der andere hat mit mir die getötet ich frage mich nur warum da jetzt so lange stehen bleiben weil ich habe keine rüstung haben bogen so kann ich nicht in die mitte gehen weil sie das schreibt ausgerechnet läuft genau ich brauche nur ein kuhnüppel jetzt 1 du brauchst einen kuhnüppel interessant ist auf jeden fall ein krasses zahlen soll der müll lass mal ein bisschen ein bisschen reden worüber sollen wir reden weißt du die mit flügel wollen doch nicht hingehen worüber sollen wir reden ja schlechte bettorsspieler nee das mache ich jede runde ist gerade irgendwas aktuelles passiert keine ahnung was ist denn mit griechenland aber ne darauf habe ich keinen bock politische scheiße will ich hier nicht bereden ich hab's bei uns ist am zoo den mann auch verpackt ja 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 warum sollen wir darüber reden das richtig langweilig erzählt umgebracht und dann war es das wer weiß darüber haben wir den ganzen johalter der hat an darüber haben die bei mir ganz an darüber haben die bei mir den ganzen tag im praktikum geredet weil die am gleichen tag auch noch zum zoo gefahren sind du arbeitest auch indirekt die idioten was sagte du arbeiten auch indirekt für die ja indirekt so ja froh lass dich einfach töten von hinten das ist immer gut ich hab den noch nicht gesehen also er kommt mit einem blaue ist so ein bisschen in der mitte ja das weiß ich ne ich will den grünen da kicken weg kann es auch übertreiben warte hier probieren runter zu können ja schön schön dass du durch mich durchgehst ist immer praktisch warum hält er sich denn da immer drauf danke er tut's nicht doch doll als ob warte ich töte ich töte oh der hat ja na oh er ist tot alter ne ist nicht an mir ich hab irgendwie wieder ich kann zu blau rennen bin bei blau ich hab guck mal er nennt mich einfach hacker noob ich glaube er nennt jeden hacker noob läuft nein der nennt dich nicht hacker noob oder doch ich hab den ja getötet ja ja hacker noob sorry ja du schreibst einfach für mich soll ich werbung machen nein oh langweiler meine fresse hier steht doch einer stell dich weg so wisst ihr was ich hier kurz gebaut habe deine oma hackt das heißt häkelt aber egal ja aber hackt wird so nicht geschrieben ich denke er wollte ach so weil er gesperrt ist ja komm flo komm mal ich möchte was cooles zeigen was ich auf dieser map manchmal gemacht habe komme ich habe mich ja lustig ich habe mich hier am rand richtig weit runter gebaut auf die insel ich habe dann ganz unten mit spinnenweben und sowas gebaut dann konnte man da rein springen und dann konnte man zum anderen team gehen von ganz unten hast du ja nicht zugehört sag nochmal ja guck komm her ich auch nicht geht nicht da muss ich ja meinen platz hier verlassen ja sie ist ich kriege einen obwohl ich die ganze zeit weg war kannst du mich hören du darfst mich nicht beim chatten stören mein tages ablauf ist sehr klein denn ich bin 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 durchgehend online 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 ja moment ich muss noch keinen moment das wollte ich mir kaufen ja vielleicht ein bogen oder ein schwert oder eine rüstung rüstung vielleicht besser kommt man ja einfach nur so hat jemand ein gold nein ja ich habe sogar zwei was wollte ich denn jetzt eisen sparen oh mein gott that was epic naja so gut weil der schuss man aufhören ich habe heute von hier lassen wir das probiert einfach alle teams nacheinander zu nerven ja also die dieses achievement einer zeugs habe ja schon in der letzten folge gesagt mit tobi werde ich das ja vielleicht machen wenn ihr das wollt ne tobi ne tobi ne tobi ne tobi ne tobi ja wann machen wir das denn ja irgendwann halt wenn wir bock drauf haben und jetzt auch wieder ein bogen kein bock weiß der hat einfach eisenschwert wenn wir bock drauf haben würde ich sagen von mir aus können wir auch nächste woche damit anfangen das nennen wir dann ein tante ok ja ja ich habe keine blöcke aller oder kommt blauer oder wenn ich nicht immer so rum oder kommt grüner hinter dir hinter dir hinter die hinter du musst auch ein bisschen gucken ich hatte den aber fett gekommen wurde aber ja das ist gelber die blauen die blauen zünden sich gegenseitig an und der grüne die dich gerade getötet ich habe es geräumt gekündigt ich würde gerade bei blau vor das tue ich ich habe keine schätze bei der sohle und nicht mehr schön erlaubt und so wenig nicht unsere bett es ist besonders klug mit dem bogen mit auf unserem weg stehen zu bleiben weil der wix gut gedeckt ist wo seid ihr bei blau bin ich und flor ja flor komm komm der flor ist tot du kannst in nein du kannst in diesem du kannst in diesem weg so richtig cool vorrücken einfach oh da ist noch einer ich habe kein oh blockhitte ich bin tot also warum leck das denn gerade bei mir so ok dann zieh ich mich mal kurz zurück ja ich würde mich auch das hier schnell ich wollte gerade sagen oder sind rote in der mitte ähm blockhitte in dem tunnel ne ja ja ich war ja nicht im nahkampf jedenfalls hat es bei mir geleckte gute alter kampf war der gute alter aaron ist online gekommen oh ne auch gezogen auf dem ts weiß ich nicht aber minekraft also schätze ich würde auf unserem alten ts rumgammeln weil er ihnen auch diese scheiß fenster nicht liest ah ja weißt wofür mache ich das denn überhaupt ich wette wenn ich da gleich drauf gucke sind da alle einfach die sonst da drauf sehr gut aber es sind da ist dann noch sind die haben sich mittlerweile wieder alle gewissen ich weiß halt auch gar nicht was ich tun soll jetzt gerade ich bin ein bisschen überfordert vielleicht ruhig ganz tief viele tnt schaffe meine ausrüstung nein ich hole ganz viele tnt schaffe ich habe eine andere mission tobi floh da kommen gelbe bisschen so ich habe mich ich habe mich sehr mit einer ist bei unser bett ich habe mich mega mit den tnt schaffe da oben auf der mitte hat mir niemand gesagt ich bin mit 14 gold gestorben ich habe mich direkt dieser crank genau ich bin mir aber nicht sicher der hackt zu 100% da steht einer auf unserem weg mit einem bogen was ist das ja das ist krank nein auf unserem weg ja das ist krank ja aber es ist trotzdem der crank Daniel crank hä dich hat crank getötet ja ach 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 einer von uns auf unserem weg ach so in der mitte ach so hey der hat sich hier eingebaut ich glaube der hat wenig leben das mich grad schon wieder ziemlich aufregt wenn er den einen jetzt auch noch killt dann hat er an er hat an er hat an so langsam erinnerst du mich richtig stark an eine person die ich kenne mit der ich schon mal gespielt habe ja dann sag doch mal mit wem mit dem severanov ja ja dachte ich auch so ex 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 in jeder runde jeder runde einer hat immer aimbot oder so ja aimbot ist da ist mein ja meine maus ist irgendwie verrutscht ja ja aber guck krank halt an irgendeiner hat immer aimbot beim severanov oder halt manchmal manchmal hat er auch no knockback und sowas das spektrum ist ja groß breit so ich habe übrigens 19 tnt scharfe ist eine starke sache oder ich finde das echt du schreibst das jetzt auch noch ja da rächt mich auf der typ der hat nicht an als ob hey bei tobi hat jeder an der ihn tötet der hat gerade 5 geküpte runter getötet ja aber der hat nicht an der hat halt einfach skill kann auch gut sein es gibt noch andere wie tor und mich die skill haben außer tor und mich meinst du ja komm dann geht auf ja wo ist der denn der hat zurückgezogen ich habe halt nur angst dass blau jetzt auf mich schießt wenn ich das da hinrenne und der der blau mit dem bogen der hat keine rüstung oh das ist ja ein leichtes opfer oh ich habe den besten bogen das habe ich ganz vergessen ja gut ne hätte ich mich jetzt fast geopfert tobi den kriegst du der hat nichts mehr ok du kannst einfach oben lang ja das ist für die loan so ich schicke einfach mal 19 tnt scharfe da rein ne guck dir diese army an die hier rein kommt ey holy shit ey der ist krass oh ok alle zu blau alle zu blau leute nö ich def nein dann komm du bitte ich hab nichts flo ich brauche einen bei blau ja flo dann bitte komm doch bitte komm doch ich bin gott in der flo ja dann komm doch du brauchst nur ne spitzsacke flo geh los ich hab Junge komm doch bitte ja die haben doch nichts mehr die haben nichts mehr ich brauche halt nur einen der kommt ja der flo ich habe alle getötet ich brauche nur einen der kommt einfach ja jetzt erküren sie sich wieder ja ich kann auch die doch eintorben ja wie soll ich die denn einbauen das sind 6 leute die ganze zeit mit der hand auf mich einprügeln ja deswegen ja 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 hau doch ein jetzt ich hab 200 perzen sorry ich hab ja auch schon ja geil ich bin tot jeden moment flo alter was bin ich denn jetzt schuld ja wie lange brauchst du tot ja ok flo ja ich bin tot ja der flo hat sich nochmal gequippt ohhhh gott ja ich hab noch gesagt du brauchst einfach nur ne spitzsacke ja flo hat sich doch wieder geholt ja dann legst du einfach weg du brauchst du nur ne spitzsacke wenn die nichts haben dann töten die dich auch nicht ich hätte die einfach die ganze zeit getötet und du hättest in Ruhe das Wett abgebaut ja außerdem hab ich die Hälfte gar nicht zugehört was du da gelabert hast ja das wäre vielleicht mal klug weil du ja alleine Leute gibt die vitale Bronze nicht mit dem TNT scharf erfolgen nichts machst ja den lol alter das ist richtig verschwenderisch lass mich du warst auch so verschwenderisch ja aber da hatte ich die Runde schon gewonnen weil es ja nur noch ein Spiele ohne Backpack also haben wir die auch gewonnen ne weil noch kein Backpack kaputt ist die haben ja anscheinend ein bisschen rumgesprengt ja Tom kannst du mir auch welche lassen cool dass es bei mir geleckt hat danke 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 ich hab immerhin schon 13 hä ich meine da haben welche äh die blauen haben ein bisschen rumgesprengt so Flo würdest du den Weg vielleicht bauen bei mir lecks gerade ein bisschen ich hab Angst dass die Blöcke wieder unter mir verschwinden mhm ne sorry ich bin voll ekrückt ja die schießt aber keiner runter außer jetzt weil jetzt ist da ein grüner dich auch nicht ja aber bei mir lecks eben ja so stark jetzt wohl auch nicht oder ja scheint ja schon äh passt übrigens auf wenn das du bist dann das bist du nicht ok ja vielleicht kommst du jetzt dann zu blau ne ich wäre dir ganz verbunden ne klar ja hier ist ein gelber gelb ist bei uns gelb ist bei uns gelb ist bei uns ja wir können aber nichts tun ja dann kommt alter nein kommst du ich krieg die Bissinn Spaßloll hier stand einer mit Schwert ja jetzt kommt alter der baut sich zum Bett hä du bist so ein spaß die weißt du der Flo äh nö ja wir machen jetzt das Bett von blau ey Tom wie behindert bist du dieses Bett und der eine baut das Bett ab du musst ihn einfach die ganze Zeit von der Leiter boxen was checkst du daran nicht Junge ja ja die killen uns die bauen uns gleich ein du Vollfoss Junge ich bin doch hier gerade im Kampf ok jetzt bin ich tot boah alter du bist so ein Spasti ehrlich komm mir ja Tom wir haben verloren äh die haben ja nichts was soll das denn jetzt kommen natürlich hier ist oben einer volle mit Eisenschwert achso idiot ehrlich ey Tobi rasten wir nicht so aus ja ja ich bin aber ein bisschen besser als du du bist nicht besser achso ok jetzt kommt dein gefälligst hoch und kill den auf der Leiter ja wie soll ich denn ja dann bringt ihr du kannst ja nicht mit der Hand ja ich war nicht volle kümmt ich hatte ne Eisenschwert sag immer nicht ja der ist da oben hab ihn alter ja geht doch boah alter richte mich nicht so auf ja richte uns nicht so auf ey wir sind mit der Eisenschwert und sollen zurückkommen ja weil wir dann die riesenhilfe sind ja vielleicht jetzt noch mal suchen wenn du den immer von der Leiter kriegst dann kann der du grenzen einfach überhaupt hingekommen die haben sich hinten rumgebaut da hat auch wieder keiner drauf geachtet bei mir ist einer ja den kriegen wir die sind hier ja hab ich doch gesehen danke so wo sind die wo haben die sich lang gebaut hinter uns hallo alter so weiter die killen wir jetzt holy shit das war eine kluge sache ja in der tat ohne witz respekt ja so können wir ja jetzt auch da lang gehen ne flow alter richtig gut ja Turm geht wieder auf er sich hätte ich ohne equipped schwer habe ich doch ja dann breit mal warten warten ja ich warte ja einer muss auch an der base bleiben also zumindest einer aus unserem team bei der base ich kaufe mir weiter meine t-shirt ich warte ich warte davor auf dich vor der ist ihm geld hat geld hat nur noch drei spieler ja die kriege ich habe voll angst das also so durch sie kippt du musst du musst die töten ja ich habe gott voll die ein er muss die aber am anfang töten ich habe kein equip ich kann nicht voll drauf gehen sonst bin ich direkt tot dann bringt das die haben noch zwei spieler okay ich kann doch voll drauf gehen alter wie viele blöcke hatte dafür gebraucht ich mich gerade auch ich kann nicht mehr sprinten hast du vielleicht etwas zu essen dabei ich gehe einfach mal weiter ja warte ach so ja ich hole dich ja eh ein achter bisher schon ja du bleibst mal stehen dankeschön guck mal die kommen auch gar nicht mehr den juckt das jetzt nicht dass wir wissen dass sie sich hinten lang gebaut haben ich habe einen anruf nämlich an diesem telefon ab weil du einfach weil du einfach so um dann ja wenn man hier das hat er hingestellt habe ich ja weil du dann nix mehr gesagt hast und da hatte der floh ansatz um dich ja dass er jetzt das bett alleine machen muss das wäre es jetzt liegt man ein bisschen die die checken das nicht ich wette mit dir floren ja nicht sein so ein richtiger ego okay wir müssen dir einbein ja richtig ich baue direkt ins bonpunkt ein bevor wir auf die drauf gehen kommen sprinte einfach die ja schön erst mal freut ihr mit kriegen floh oder ja der hohe kummer checkt gar nicht okay sehr gut okay das hier tötet den betreiben oder tötet erst mal den vollen krüften 20 oder in der küste erst einmal töten erst hier tötet den erst tötet den ok das kriegst du ja jetzt da kriegen wir hin ich würde den du tötet den was alter entspann dich doch ich wollte tötet die einfach tötet die einfach da immer im eingebauten ja weil irgendwann kommen die durch den sandschein leider durch die sind uns zu zweit die stehen sich nicht immer im weg ja die sind durch wie diese durch ihr habt ihr die eingebaut ja einfach ganz normal kloppt mir erst nicht gesagt dass ich die einbauen soll ich habe jedoch eingebaut aber das wird es kaputt dann hätten wir das jetzt auch mein licht so da war eine schwere geburt gäbe habe ich noch nie versucht nee aber dass sie erst zu uns kommen mussten damit wir die ein blauer wie geht es denn so ok ok in solchen ich glaube ich schon rein in solchen tunneln immer block hätten dafür ja und die gute alte pvp schule ja so beigebracht wollen wir zu grünen das du hast mir nur block hinten beigebracht auch so ja das ist grün du hast mir nur block hinten beigebracht aber nicht genau gesagt wofür das gut ist nur damit kriegt man weniger schaden aber teilt trotzdem genauso viel aus ja aber man man fällt halt leichter eine combo aber das in dunklen also in so kleinen gang kommst du nicht in eine combo rein doch weil da kann der gegner nicht um dich um springen guck mal da ist nur ein grüner am bett ja ja hier da wo die da wo die hingebaut haben sneak sneak digger sneak ok und jetzt töten auch die hilfe nenne guck mal die stehen da wollen ihre enderkiste abbauen ok der eine ist tot jetzt da ist der separat auf der eisenschwert ich bin euch scheiße mein schwert ist leicht tot dein schwert ist tot was du musst mir eben schnell neue schwer tun oh gott ja du musst auf den separat auf kurz aufpassen lasst den lasst den den sein da ist nur noch einer nein diese war noch bis oben was so hier 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 ok dann hat das zwei blaue sind oben in der mittel ja der wort sich gerade so war noch okay den kriegen wir ich schon mir eben eine blauer ist ja dann töte einfach der hat das aufgebaut na ok sehr gut ja ich gehe um kaputt machen ich habe mir eben eine eisenspitze verbraucht nicht dein ganzes schwert töte denn nur wenn der weit ist schon mit raus bauen ach so ja der separat macht du das mal mit dem bogen hier oben nein ja mach nach oben warum hat sich mit einem schlag nein nach oben nach oben kommt werden ja der separat schießt da der städte an seiner ecke wenn der wenn der krank heißt dann hat er an nein von wo trifft er mich genau ja durch die der schießt durch die lücke an der kiste also leute wir sind in einer runde und ich stimme mitten vor gegnern als ob ich die antworte kumpel aber das spiel verlassen ja cool ich wollte jetzt eigentlich dass sie ja ok flog weg weg flog ok ertrinkt heilung ja lass hier unten die kippen erst mal kommen wie im moment kommen wir da nicht durch verholt ihr jetzt rüstung holt ihr dings macht auch ein paar mal getroffen und ich habe halt besten bogen aber das ist stark eine axt gibt es leider nicht ich brauche mich einfach mal kurz daneben hoch so wie man das halt macht ja warte ich wollte ich beurte ich entferne jetzt gleich die kiste wenn du da weg ist kurz flow danke ist ja ich hoffe er hat keine mehr dabei ja gewerke weg gewerke weg ich wurde immer hochgeschlagen kommt eine einer hinterher ich habe ihn ja da hätten wir uns besser absprechen müssen dass du dann halt das ist mit dem t das habe ich auch schon ja hast du denn mit dem t schaffen getwickelt ja 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 also ob ich die ente benutze so noch ein blauer mit bogen dauern ja ich komme ich komme ja warte ein guter ist noch da ja ich habe meistens schwert sich die folgenden kampf ja ich bräuchte dich ja ich komme ich bin jetzt wieder ja wir haben aber keine zeit zu warten sonst kippen die sich wieder wasser ein bisschen öfter ein bisschen öfter den ein tobi halte ich erst mal noch zurück was ist das für einer tobi halte ich zurück ich komme ja nee ich kann nicht wir haben einen idioten wieder im team der ist okay ich helfe jetzt habe ich bin dann richtig geiler was es sind zu hohen sind eine eine zu blau einer zu blau für könnte ich bitte nicht kommen einfach nicht sagen kommen einfach flogen ich komme ich komme auch ganz schnell ganz schnell ganz schnell ganz schnell ganz schnell ich brauche das schnellste ich brauche das schnellste was ihr bisher gemacht habt ich wollte schnellste was ihr bis ich wollte schnellste was ihr bisher gemacht habt kann ich nicht kann ich nicht die ströme aus ich musste mit schwertern töten die holen sich immer neue schwert aus ihrer kiste ja ich komme ja ich bin tot ich bin tot soll ich mich dann zurück nein nein brauchen wir haben jetzt nichts mehr wir haben jetzt nichts mehr nicht alter ja ist ja auch einmal ja geil einer hat sich wieder alles gesnackt aus der kiste läuft bei ihm wohl die eisenspitze ja auch tot und natürlich bist du tot und nur wegen so einem guten team wie wir hatten wir einen eingebaut er soll zurück ins Bettchen gehen und seine mutter fiel er hatte wen eingebaut hör mal auf alle zu beleidigen er tobi ja bist ja schlimmer als ich sein ja aber beleidige wir noch nicht spieler mann alter ist es so ätzend manchmal zu spielen ja weil das ein teamspiel ist manche nicht im ja aber man kann doch wohl ein akzeptables team erwarten gelb geht ein blauer ich musste immer eben schnell killen er springt ab einem abgrund bleibt bei ihm er hat mit der fünf geguckt ich denk mir das gold bei gelb das ist ne idee ja ich würde mir das jetzt eben alles ja mal eben locker bis ja lass einfach mal den tor machen einfach durchgehen doch schon aber einfach durch ich hatte eine eisenspitze die hatten keine enderkisten da die hatten halt oben blöcke war ein bisschen unklug okay damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass die wie ich alle mit aber ich meine ich habe alle von blauen mit schwechtern gekillt und ich hatte ein schwechzeuge okay okay gg ja ist so gut wie das goldschwert nein das goldschwert hat noch schärfer das ist ein bisschen besser als goldschwert ja 0,25 ja leute wenn es wenn es euch gefallen hat dass so eine positive wert und da tobi zwischendurch mal ein bisschen ausgerastet aber er macht ja nichts ich glaube ihr mögt das ja wenn tobi ausrastet und ja dann sehen wir uns wieder wenn ihr nichts verpassen wollt abonniert einfach ohne sonst noch irgendwas zu sagen ja die neue die neue ts ip ist in der description die leute die leute schon mal freundes anfragen das finden wir einfach zu viel okay haut rein und ciao